Samstag, der 4. August 2018. Es ist 19.25 Uhr. Jetzt live mit Fiebern bei der Ziehung der Lottozahlen mit Chris Fleischauer. Guten Abend zu Hause oder wo auch immer Sie uns gerade zuschauen. Schön, dass Sie auch bei diesem heißen Wetter wieder mit dabei sind. Gleich lassen wir wieder die berühmtesten Kugeln des Landes rollen. Und mit etwas Glück gehört Ihnen in wenigen Minuten vielleicht das hier. Rund 8 Millionen Euro, die warten heute bei uns im Jackpot. Dafür braucht es natürlich wie immer die passenden Zahlen. Mal sehen, was ich heute für Sie tun kann. Kugeln und Ziehungsgeräte sind natürlich wie immer im Vorfeld ordnungsgemäß überprüft worden. Das heißt, es geht los. Ich drücke die Daumen. Ihnen allen jetzt viel Glück. So, alle Kugeln im Spiel. Und ich hatte ja eben schon mal draufgezeigt und habe es auch erwähnt. Rund 8 Millionen warten heute bei uns in der obersten Gewinnklasse von 6 aus 49. Das heißt natürlich, dass es am Mittwoch keinem Spieler gelungen ist, den Jackpot zu knacken. Vielleicht ja heute. Gucken wir mal. Los geht's mit dieser ersten Lottozahl. Die 36. Naja, offensichtlich waren die Zahlen am Mittwoch ja nicht ganz so toll. Denn es gab noch nicht mal einen Spieler mit einem einfachen Sechser, also ohne super Zahl. Und geübte Lottospieler wissen ja, was das bedeutet. Den weniger Geübten verrate ich das gleich. Weiter geht's mit der nächsten Lottozahl, mit der 25. Und wenn es nämlich keinen einfachen Sechser gab, dann steckt natürlich etwas mehr auch in der zweiten Gewinnklasse als üblich. Es könnte also vielleicht auch heute reichen, mit einem einfachen Sechser dann ebenfalls Millionär zu werden. Die nächste Lottozahl ist die 29. Ja, und auch beim Spiel 77 gibt es keinen Großgewinner zu vermelden. Da geht's um rund eine Million Euro heute bei uns. Und auch dort blieb Gewinnklasse 2 unbesetzt, so wie auch bei 6 aus 49. Deswegen, ich glaub, 7777, da ging's los. Die nächste Lottozahl ist die 30. Und irgendwie war dann am Mittwoch so der Wurm drin. Aber zum Trost gab's natürlich auch den ein oder anderen Gewinner bei Super 6. Das freut uns natürlich. Drei Stück waren's insgesamt. Jeder darf sich jetzt über 100.000 Euro freuen. Die vorletzte ist die 6. Und ich traue es mich gar nicht mehr zu erwähnen, Lottozahl 21. Die ist jetzt nämlich nun schon 77, Ziehungen nicht mehr ausgelost worden. Wir warten also sehnsüchtig drauf. Um 10 verpasst. Die letzte ist nämlich die 31. Das sind sie, also die 6 Richtigen am heutigen Samstag. Und die kompletieren wir an dieser Stelle natürlich noch mit der hoffentlich für Sie passenden Superzahl. Ich drücke nochmals ganz fest die Daumen, dass das vielleicht klappt. Besonders natürlich, wenn Sie jetzt schon die 6 Richtigen auf dem Schein haben. Also, Ihnen allen jetzt nochmals viel Glück. Insgesamt sind es 27 Millionen Euro bei uns in der heutigen Ausspielung. Und wie gesagt, rund 8 Millionen Euro in der obersten Gewinnklasse von 6 aus 49. Und dafür braucht es wie immer die passende Superzahl. Und das ist heute die 3. Damit stehen alle Gewinnzahlen fest. Und die gucken wir uns wie gewohnt natürlich nochmals an in unserer Übersicht. Hier sind Sie die Lottozahlen für Sie nochmal geordnet in der richtigen Reihenfolge. 6, 25, 29, 30, 31, also gerade Trilling. Und die 36, die sechste Lottozahl. Und die 3, die Superzahl. Weiter geht es mit den Gewinnzahlen der Zusatzlotterien. Die werden ja bereits immer im Vorfeld zur Live-Ziehung ermittelt. Eben Spiel 77 gewinnt heute. 3, 8, 3, 5, 6, 6, 1. Und zu guter Letzt noch die Gewinnzahl der Lotterie Super 6. Da gewinnt 7, 5, 9, 1, 2, 4. Auf lotto.de finden Sie wie gewohnt nochmals alle Gewinnzahlen ganz in Ruhe zum Nachlesen. Und wenn Sie bei der Glücksspirale mitgespielt haben, dann heute am Samstag natürlich auch die Gewinnzahlen der Glücksspirale. Wir legen jetzt unsere Kugel wieder ein bisschen schlafen, damit Sie dann auch am Mittwoch wieder fit sind und auch pünktlich am Start sind. Um 18.25 geht es los. Als kleine Erinnerung. Bis dahin Ihnen allen noch ein schönes Wochenende. Tschüss, machen Sie es gut. Lotto 6 aus 49. Spielen beim Original. Spielen beim Original. Spielen beim Original.